Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Kurs Integrative Funktionen des zentralen Nervensystems und zum Vortrag Aktivität der Hirnrinde und EEG. In dem nun folgenden Vortrag werden Sie lernen, wie die Potenziale, welche durch die Hirnaktivität entstehen, am Kortex abgeleitet werden können. Und daraus resultiert dann eben das EEG, das Elektroencephalogramm. Sie haben sicherlich schon solche EEG-Ausdrücke wie diesen hier gesehen. Und er besteht eben aus ganz vielen verschiedenen Linien, welche elektrische Aktivität an ganz vielen verschiedenen Punkten des Kortex aufzeichnen. Und am Ende dieses Vortrages werden Sie verstanden haben, wie diese Signale zustande kommen, also wie dieser Ausdruck des Elektroencephalogramms, den Sie hier auf der Folie sehen, zustande kommt, und wie er entsteht. Doch bevor Sie dies nachvollziehen können, muss ich noch einmal zurück zur Basisphysiologie, also den physiologischen Prozessen, welche der Entstehung des EEGs zugrunde liegen. Also schauen Sie sich das Bild auf dieser Folie an. Zunächst erst einmal den ganz linken Teil. Was Sie dort sehen, ist ein langgezogenes Axon, also der Fortsatz einer Nervenzelle und am oberen Ende eine Synapse, also eine Verbindung einer weiteren Nervenzelle, welche hier eben ein Signal an das Axon weiterleiten kann. Das ist hier schematisch angedeutet. Was Sie auch sehen können, ist, dass an diesem Axon das Ruhemembranpotenzial besteht, welches auf der Innenseite des Axons eine negative Teilladung hat und auf der Außenseite des Axons eine positive Teilladung. Die Entstehung des Ruhemembranpotenzials ist hier an anderer Stelle ausführlich erläutert. Nun kann es sein, dass eben ein Signal über diese Synapse an das Axon geleitet wird. Das ist in dem zweiten Teil dieser Abbildung zu sehen, mit dem roten Pfeil. Also die Synapse feuert und es entsteht am Axon ein EPSP, also ein excitatorisches postsynaptisches Potenzial und es kommt zu einem Einstrom von positiven Ladungsträgern in das Axon. Was dadurch entsteht, ist eine transmembranöse Potenzialdifferenz. Zum einen positive Ladungsträger strömt ein, innen wird das Axon eher positiv und außen eher negativ, was hier in der Abbildung angedeutet ist. Nun ist es so, dass neben dieser transmembranösen Potenzialdifferenz auch eine Potenzialdifferenz im Verlauf, im Längsverlauf des Axons entsteht. Das heißt, das können Sie sich so vorstellen, dass eben an der Stelle, wo das EPSP entsteht, eine gewisse Umpolung des Axons stattfindet, während andere Teile des Axons nach wie vor das Ruhrmembranpotenzial haben. Und damit entsteht nicht nur über die Membran hinweg eine Potenzialdifferenz, sondern auch längs der Membran. Und das führt dann zu folgendem Prozess, der hier im letzten Teil der Abbildung dargestellt ist. Ladungsträger wandern nicht nur über die Membran hinweg, also transmembranös, sondern auch längs der Membran kommt es zu einer Verschiebung von Ladungsträgern. Und diese Ionströme entlang der Membran kann man eben auch messen. Und das ist hier im vierten Teil dieser Abbildung dargestellt. Sie sehen dort zum einen die in rot markiert, die Ionströme, welche entlang der Membran sich ausbreiten. Und zum anderen sehen Sie hier auch das Messgerät, mit dem man eben diese Verschiebung von Ladungsträgern entlang der Membran messen kann. Und diese Verschiebung entlang der Membran ist die physiologische Grundlage für die Entstehung von Signalen im EEG. Und diese Verschiebung von Ladungsträger